Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Riegepstübel hier richtig an deiner Wand hier hinten befestigen kannst, wenn diese einfach hohl ist und so ein normaler Dübel hier nicht wirklich hält. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wie gesagt, wenn das Ganze hinter dir jetzt zum Beispiel wie bei mir auch hohl ist, was du durch Klopfen relativ gut herausfinden kannst, dann hält so ein normaler Dübel einfach nicht, weil das Ganze hier hinten trockenbauweise ist. Hier brauchst du dann einen speziellen Riegepstübel und mit diesem kannst du dann zum Beispiel auch Hängeschränke oder irgendetwas anderes aufhängen. Ich möchte jetzt hier an meiner hohlen Wand einmal etwas aufhängen. Hierfür habe ich schon mit einem Bleistift mal ein Kreuz gemacht, wo ich das Ganze festmachen will. Und jetzt überprüfe ich erst einmal, ob hier hinter irgendwelche Kabel versteckt sind. Hierfür habe ich ein spezielles Ordnungsgerät jetzt von der Firma Bosch. Das Ganze mache ich einmal an, gehe mit diesem Ordnungsgerät einfach hier drüber und wie du sehen kannst, das Ganze wird nicht rot, es piepst nicht. Deswegen befindet sich hier hinter jetzt sicher keine Leitung. Danach könne ich das Ganze hier jetzt einmal leicht vor. Ich muss also nicht vorbauen. Hierfür reicht einfach die Schraube, die du später reindrehen möchtest, denn das Ganze ist ja wie gesagt nur Regips. Heißt, ich setze mal das Ganze schnell an, könne das etwas vor und das reicht auch schon. Als nächstes diesen speziellen Aufsatz hier mal in deinen Akkuschrauber geben. Dieser ist meistens dabei, wenn du ein Regipsdübel-Set kaufst und dann das Ganze einmal festziehen. Danach den Regipsdübel nehmen und hier vorne draufstecken. Nun deinen Akkuschrauber auf Stufe 1 stellen, dass dieser wirklich langsam ist und das Ganze einmal wirklich langsam hineindrehen. Hierfür vorne ansetzen und langsam reinschrauben. Das Ganze machen wir so lange, bis hier vorne unser Dübel mit der Wand bündig ist. Danach kannst du nämlich deinen Akkuschrauber einfach rausziehen und der Dübel ist auch schon fest in der Wand drinnen. Da der Dübel jetzt einsatzfähig ist, kannst du einfach deine beliebige Schraube nehmen. Diese sollte ein Durchmesser von 4,5 mm haben und diese hier hineinschrauben. Dann sitzt das Ganze auch schon bombenfest. Ein Dübel hat jetzt eine Drahtkraft von ca. 8 kg. Wenn du jetzt jedoch einen Wandschrank z.B. mit 16 kg hast, dann kannst du einfach so einen Dübel nochmal etwas versetzt hier z.B. reinmachen. Dann hast du zwei Dübel mit jeweils 8 kg Drahtkraft. Das Ganze summiert sich und der Wandschrank mit 16 kg kann locker gehalten werden. Ich kann so ein Ortungsgerät von Bosch, einen Makita Akkuschrauber und vor allem auch solche Regipsdübel für zu Hause wirklich nur ans Herz legen. Wenn du dir das Ganze zulegen möchtest, dann am besten über Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird von Markenherstellern direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra an ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also diese Untersilien hier einmal zulegen möchtest, dann unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.